Willkommen zurück zu Let's Play Me World Ends Review und ich habe eine Menge rausgefunden als erstes, die Taskleiste von mir nervt echt, weil ich da irgendwie sehr weit immer nach unten komme und ihr seht, ich habe nicht mehr Null Geld, sondern ich weiß jetzt, wie man Geld bekommt. Man bekommt ja, außerdem habe ich alle bis auf diesen Eispin da perfektioniert, äh, ne, was gehe ich da, äh, ich wollte auf Master, Master, Master ist da unten, man bekommt ja diese Geldpins, ne? Äh, dieser Mann steht da auch, ich bin so doof zum Lesen, in den Mülleimer stecken, um Geld zu bekommen, mein Gott. So, dann tun wir mal alle, die wir haben, in den Mülleimer und schon sind wir weich. Was damit sich noch auf sich hat, steht es da auch, wir können es bei irgendwelchen Ladendingern geben und so weiter, wobei, irgendwie konnte ich mit diesem hier jetzt viel besser umgehen. Okay, Feuer macht mir zu wenig Schaden, heilen brauche ich nicht mehr, so wirklich, Billets, äh, sind mir die Wölfe zu schnell. Hiermit kann ich gut schießen, hiermit kann ich am Anfang gut Schaden machen und schicke die Combo gegen und damit kann ich Sachen werfen. Ja, das finde ich gut. Äh, zum Anderen spiele ich, wie ihr sehen könnt. By the way, erstmal, ich habe drei oder vier Level-Ups bekommen, äh, und da bekommen wir immer 50 HP mehr. Wir haben jetzt also 500, wenn voll ist, ist Sterne, äh, Drop-Rate auf 1. Also ich spiele jetzt immer ungefähr mit 300 HP, bedeutet Drop-Rate 5. Gut, äh, dann wollte ich noch sagen, diese Fusion-Attack, ne? Ich habe sie viermal gemacht, was mich wundert. Äh, vor allen Dingen, weil ich jetzt auch Partner auf Auto-Play-Fast gestellt habe. Ja, das ist gut, finde ich super. Ich glaube, ich komme es häufiger, aber das habe ich erst beim, den letzten beiden Malen gemacht. Und vor allen Dingen hatte ich zweimal noch die Chance und habe zu spät diesen Pindler rechts in der Ecke gemerkt. Aber genug gequatscht, jetzt wollen wir weitermachen. Äh, ja. Das bedeutet, direkt neben dir zwei mal ein neues besiegen, oder wie? Puh, ich nehme die größte und warum? Weil es meistens nur ein riesiger Bär ist. Was in diesem Fall nicht ist. Jo, komm, komm, komm. Nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte dieses Ding da bewegen. Mein Gott. Ja, komm. Ja, ich kann es bewegen. Das finde ich toll. Was? Was für eine Range hast du denn, bitte? Und ich greife mit Cheeky in die falsche Richtung an und da. Nice, Mann. Ich schleudere es zurück, Mann. Egal was, ich schleudere es zurück. Ich schleudere es zurück, Mann. Ja, ich schleudere es zurück. Hör mich nicht auf. Sehr. Natürlich musste es im Let's Play-Fall natürlich noch zwei Fledermäuse dabei sein. Und wieder ein E-Rank. Normalerweise wäre das anders. Aber Drop-Rate plus bringt Geld. Und ich kann Geld gut gebrauchen. Bedeutet, nehmen wir mal den da. Äh, die kleinen, das sind glaube ich nur zwei Frösche, zwei Wölfe. Wölfe. Meistens jedenfalls. Und hier sind es einfach nur Fledermäuse. Nein, ich wollte nicht irgendwas mit meinem Emulator machen. Komm, da werfen wir. Nein, nicht Eis. Ich wollte werfen. Und ich kann gerade nichts machen. Wuhu. So. Ja, Fledermäuse sind immer noch da. Und ich will jetzt das werfen. Das ist schön. Ich werde es nochmal werfen. Das ist auch schön. Und da seht ihr schon wieder. Nein, ich wollte eigentlich da unten hin. Warum schießt du, wenn ich hier hin klicke, nach geradeaus? Das verstehe ich nicht. Und da haben wir schon mal schön Geld bekommen. Und ich frage mich, warum dauert dieses Eisdings so lange mit dem, ähm, wie soll ich sagen? Ähm, Meistern. Ist gerade mal Level 4, wo ich zuletzt gespeichert habe. Und währenddessen habe ich glaube ich schon 5 Kämpfe gemacht. Und es ist so. Ja, ich habe nicht gespeichert, bevor ich das als Player angefangen hatte. Ja, komm, ich habe 2 besiegt. One past this wall. Then beat two of these. Ach, diese hier. Gott, toll. Durfte ich diesen Wolf nicht besiegen, oder was? Mein Gott. Ja, komm. Ist keiner. Das ist doof. Wir sind weiter runter. Gehen wir jetzt welche? Nein. Willst du mich verarschen spielen? Ah, da, da, da war doch eins. Nein, nein, nein. Komm. Komm. Willst du mich wohl veräbel? Nein, wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter runter. Und da bist du. Puh, ich dachte schon, ich hätte auf den Kleinen geklickt. Gut, dann machen wir halt noch eins. So. Dann, eigentlich wollte ich das Eis-Dings machen. Und jetzt wollte ich Auto werfen. Aber auch egal. Ich gehe die Pins einfach durcheinander gehen. Und jetzt will ich Eis-Macher... Oh, schon wieder beinahe nicht gesehen. Ja, nur leider macht das irgendwie nicht so viel Schaden. Sondern nur 50 bei allen, oder? Zwei Sachen wieder aufgenommen. Ich glaube, zweimal 100 war das. Zweimal 100, zweimal 100. Ja, zweimal 100 hat sogar einmal 500 vorher aufgenommen. Mein Gott, und Narang. Ich freue mich. Gut, und ich habe immer noch vergessen. Allerdings, es waren aufgenommen und so. Objects have met. Wall clear. Ja, du rot. Sticker, äh, schickle Sticker. Press up the control part. Oh, die X-Button. Weil she is idle and she will leap into there. Was zur Hölle? Was zur... Fim drücken wir in. She can jump if you press up the control part or the X-Button. She can even attack in midair. Das finde ich geil. Nur leider wird es für mich noch komplizierter. Es war schon kompliziert genug, dass die da oben und so und ich unten und so. In fact, her combo finisher steal twice and smash, äh, as much damage from the air as they do from the ground. To attack in the midair, just press the left or right button on the control plate or A or Y wie auch immer in English while jumping. Und so... Dann... Du bist echt sau langsam im... Und so. Äh, 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 nein, ich war... Oh, weg. Ich war bei den Pins schon richtig... Äh, Geld. 5000er-Pinny gibt's ihm. Oh, Gott. Naja, ich spare mein Geld. Saving. Ist immer gut. Und wie langsam das so hochgeht mit so ein paar Kämpfen wäre ich, das ist... Äh, ja. Gehen wir mal weiter. Shibuya Maja-Sor oder was auch immer. Was hat dein Ohr diesmal gehört? Hey, look. It's beat and rhyme. Let's go, say hi. Äh, die wollten nichts mehr mit uns zu tun haben, oder? Pentagon schmackt nicht rum. Why? We are not at a party. What a pain in the... Ja, du wolltest erst sagen, hab ich recht. Da sind sie, ne? Ich erkenn sie wieder. Beat, rhyme! Heh, talk about crap for luck, yo. Here comes, phones. Gathered any intel for the mission? No, not at all. But I know we'll get through it. We just have to take out the master of AEs, right? But then, what's this Meme for? Äh, was? Meme? Oder habe ich diese Nachricht nicht mehr im Kopf? What's a Meme? I think Shiki could use our help. We can't tell her, right? Well, eh, but only cause it's Shiki. Memeis! So, what's a Meme? Memeis are words, or ideas related to the missions. Whenever we see or hear one, it gets sent to our phones. My phone has the word blackout. Blackout? Huh? I just got a mail. You're right, it showed up on my phone. But what do Memeis do? They're for imprinting. Ehh... Today's mission. What's your take on today's mission? You mean defeat the master of AEs? Yes, we were there. It's pitch black. You can't see a thing. Pitch black? Hm? That might explain the Meme. Yeah, black, something. Imprinting! So, Memeis are for imprinting. The meaning of what? I'm coming in, or something. Oh, imprinting is one of the player Pins Powers. You can use it, to send words into other people's heads. That's... Oh, cool. And I... If I don't think anything, you can hear it. So, I think something. Oh, that doesn't sound like that. Yeah, this pin can't do with it. Oh, yeah. When you imp... Yo, forget it, Rhyme. Don't bother. Phones, don't trust us anyway. B, don't be like that. A problem shared is a problem halft, right? If we don't help each other out, we'll all... We might... No, no. There's nothing to worry about. Come on, Rhyme. Let's bounce. Let's bounce. And now, the presence of Neko is not yet to be accepted. Hmm, it's still mad. I wish we could patch things up. That's all about Neko. And, fuck! The upper screen. Why are you suddenly white? Or, rather, white. It could be normal. Why? Just leave him alone. Quit worrying about everyone... Everybody else. Well, at least we know how imprinting Mimis know. Imprint Mimis know. That was nice of Rhyme to tell us. But what's the point? Keine Ahnung. Ah, what should I do? Considering the... Circumstances. But, no. That won't do. What's tearing that guy up? It looks like he can't make up his mind. Hey, Neko. Why don't we try imprinting on him? Then we'll know what it does. Okay. Why not? Let's give it a shot. Don't we get imprinting better? You can't imprint Mimis directly into people's minds during a printing sequoises. When the player pin appears over a person's heart, that's your chance. Touch the pin. The scanning field will open and you will start reading the person's thoughts. Touch the player pin again to select a Mimis. The Mimis you imprint will affect the person's action by your creative. Blackout. Blackout. Oh, shit. Spies. Gut. Äh, Schweinchen ist wieder da. VIKING ist das Imprinten... Wie? Wie? Da! Cool! Imprint! Blackout! Blackout? Ah! Blackout! That's right! Was hast du, Tolle? First, I need to power down, I think... Yeah, first, I gotta power down. Was ist mit dir nicht an Ordnung? And then, uh, what next? Ah, ah hell. Is that guy gonna be okay? Well, we know how it works now. We'll work on finesse next time. Is this really gonna help? Man, what do I do? What was that part I need for a requirement for? I can't go back and ask now. Hello, der braucht Hilfe. Hey, isn't that the Tay? Yep, full of fail, as usual. Hey, ich bin Fehler. Neku! I know! I'll try Imprinting! Warum kann sie das nicht machen? Der Typ ist da! Reden! Man, this sucks! What was that part I need for... Blablabla! Imprinting! Blackout! Oh, yeah! I gotta fix the light... The lighting! And to do that... I need something... And I was heading to Dugensaka to pick it up... Huh... Something... What something? The guy would know... Maybe I should head back... But... The guy... Was there somebody by the stage? Yep! Come talk... No, we won't imprint again... Okay, that's... What should I do? Helle! Wieso nochmal? Ich mag... Ich mag dich nicht... Ich drück zu oft drauf... Dann einfach mal automatisch zurückgehen... Ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme... Ich glaube... Bevor ich reingehe... Gucke ich mal, wie lange ich aufnehme, ne? Also, Momentchen... Also, ich hab gesehen... Es ist noch genug Zeit... Also, gehen wir mal rein... Und gucken mal, ob hier irgendwie... Wer ist... Hier sollte ja... Da... Da... Ne, das ist schick... Ähm... Hä? Äh... Oder war das nicht drin, sondern draußen? Äh... Ja, diese... Nicht wieder rein! Ja, zum Beispiel diese... Du! Ich geh nicht nach oben, ich geh... Mein Gott... Das ist die Person, die ich gesucht habe... Nicht da... Aber egal... Ach, man... Ich bin shouting all day long... Und jetzt halt die Fresse... Und wo ist hier der Typ... Mit dem ich reden kann... Ähm... Achso... Hier vielleicht... Oder... Da sagt ja was... Doh und Zucker... Irgendwas... Hier kann ich bislang mit keinem reden... Nein... Nö... Nope... Nada... Ne... Bedeutet... Ich bin wieder Planos... Ich bin Planos... Ich bin Planos... Ich bin Planos... Ich bin Planos... Ähm... Dann... Wie wär's mir jetzt... Danke... Und... Das ist geil... Okay... Blablabla... Blablabla... Ok... Okay... Das wollte ich jetzt nicht nochmal machen... Ich wollte jetzt nochmal reingehen... Und gucken ob hier wirklich keine Person ist... Anscheinend ist hier wirklich keine Person... Ach... Moment... Nö... War da nicht irgendwas rotes oder... Ich bin blind... Anscheinend bin ich blind... Ähm... Okay... Meine Frage ist jetzt... Wo sollt' ich hin... Mein Gott... Äh... Da noch mal rein bitte... Und noch mal mit dem Typen reden... Ja... Wir wollen noch mal Imprinzen... Damit ich es sehen kann... Ja... Nochmal... Leg out... Äh... Ja... Oh yeah... I gotta fix the lightning... Blablabla... I need something... And I was heading to the girls to pick it up... Blablabla... Something... Something... The guy... What no... Maybe I should head back... But... Blablabla... I'm dead... Dammit... I don't wish I'm a curse... Von me... Ja... Toll... Das hilft mir jetzt sehr weiter... Das nochmal zu lesen... Ich weiß nur dass das hier irgendwo sein muss... Wo ist der Mann? Gehen wir doch einfach mal in den Shop... Okay... Wir haben... Geld... Das hier bringt... Ein bisschen AP mehr? Ähm... Make friends with the right store club... Was weiß ich... Warum sind Schuhe so teuer? Verteidigung hoch... Attacke hoch... Das wollte ich jetzt nicht kaufen... Habe ich das gekauft? Da ist mein Geld... Ähm... Das scheint glaube ich... Beides für... Schicke zu sein... Nur dass sie bringen... Äh... Minus... Warum habe ich das eigentlich jetzt gekauft? Äh... Ja... Oder warum habe ich das jetzt? Ey... Jetzt ehrlich... HP gehen um 2 runter... Was ist das überhaupt? Äh... HP gehen um 6 runter... Attacke geht um 6 hoch... Haare... HP und Attacke hoch... Äh... Kaufen... Ich bin mal einfach mal so arm jetzt... Warum Level 2? Äh... Egal... Ich glaube ich habe es oft genug benutzt... Dann gucke ich mal... Ideen... Ah... Das kommt also da rein... Ich wusste ich kann das nicht mit ihm benutzen... Was? Ach so... Ach verdammt... Hatte B... R... W... Kosten... Das kostet 120... Das kostet... Ich kann das nicht mal so reinnehmen! Wozu habe ich es gekauft? Gott... Ich muss darauf achten... Das ist nicht gut... Dann... Damit ich jetzt wieder Geld habe... Gehen wir auf Mastered und verkaufen... Unsere Pins... Oder werfen unsere Pins eher gesagt in den Müll... Nein... Ich wollte wenn... Alle verkaufen... Vielen Dank... Und ich glaube ich sollte irgendwann mal wieder... Geld holen... So... Gut... Dann würde ich sagen... Dann spreche ich... Beende den Part... Und wir... Irren nächstes Mal wieder rum... Und zwar... Irren wir rum... Und vielleicht habe ich dann sogar wieder... Mehr Geld... Und vielleicht ist der denn... Gemastered... Weil Tage und so... Da ist der und so... Und was weiß ich... Ich habe insgesamt... 500... Ich glaube... 200 HP reicht mir auch raus... Egal... Wird ja eh nicht mehr gespeichert... Also... Bis zum nächsten Mal Leute...